Hallo und herzlich willkommen. Hier eine ganz praktische Übung, die vielleicht für die eine oder den anderen ganz hilfreich sein kann. Hilfreich, um alles Störende, alles Lebensbehindernde, ja vielleicht sogar Blockierende, einfach abzugeben. Im wahrsten Sinne des Wortes, einfach aus seinem Gesamtsystem heraussaugen zu lassen. Im Anschluss kommt ein Clip mit einem Strudel. Stell dir einfach vor, dass bei jedem Ausatmen einfach alles aus deinem System herausgesaugt wird, so aus dem Herzen in den Strudel hineingesogen wird und einfach verschwindet. Du brauchst nichts zu tun, das geschieht von ganz alleine, bei jedem Ausatmen. Der Clip ist mit einer ganz speziellen Musik unterlegt. Zum einen ein Rhythmus, der dich ganz schnell mit deinem Atmen in diesen Rhythmus hineinzieht, weil der dem Atemrhythmus entspricht. Und zum anderen mit Brainwave-Entrainment, das ist ja eine ganz spezielle Technik, die dein Gehirn automatisch in einen ganz entspannten Zustand, in diesem Fall in den Theta-Zustand, versetzt. Da es sich hier um binaurale Beats handelt, ist das Hören über Kopfhörer angebracht. Aber keine Grundvoraussetzung, das wirkt auch so, indem du einfach zusiehst, dein Atmen sich angleichen lässt und über jedem Ausatmen halt vorstellst, wie alles Störende, alles Behindernde, vielleicht sogar alles Blockierende, einfach so aus deinem Herzen, aus dem Gesamtsystem herausgesaugt wird, in diesen Strudel im Zentrum hinein und dort einfach verschwindet. Fast so, wie bei einem Staubsauger, hier halt ein Energiestaubsauger. Mach das einfach so lange, wie du möchtest, bis du dich besser fühlst. Das geht manchmal sehr, sehr, sehr schnell. Und nun wünsche ich dir viel Befreiung, Erlösung und viele gute Gefühle. 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 Erlösung und viele gute Gefühle.